Hast du schon mal die Formulierung Ich kann Deutsch gehört und dich gefragt, ob hier nicht ein Verb fehlt? Müsste es nicht eigentlich heißen Ich kann Deutsch sprechen? Prinzipiell hast du recht, aber diese Formulierung ist bei Deutschen sehr üblich, wenn es darum geht, auszudrücken, welche Sprachen sie sprechen. Das ist natürlich nicht hundertprozentig korrekt, wird aber umgangssprachlich sehr oft verwendet. Du kannst also sagen, ich kann Deutsch, ich kann Englisch, ich kann Spanisch oder du kannst jede Sprache dort einsetzen, ohne das andere Verb zu verwenden. Abonnier den Kanal für mehr Deutsch!